ja moin moin youtube grüßt euch wenn das heute eingeschaltet habt ich bin auf schleichfahrt und suche wieder die herausforderung heißt barricuda ist auf jagd ich bin jetzt gerade von der insel die haben aber gleich peacetime glaube nicht dass ich die auslocken kann das hat beim letzten mal nicht so richtig funktioniert aber da habe ich den tatsächlich mal ein besuch im hafen abgestattet ich denke das wird jetzt nicht möglich sein wir werden wir haben tatsächlich ein schiff quergestellt ok das ist nice ok also ihre verteidigung versucht zu schießen und das schiff ist jetzt für mich nicht unbedingt eine herausforderung die kleinen kanonen muss ich rausschalten die kanonen auch nicht wirklich das schiff ist jetzt eigentlich so gut wie weg die kanonenschläge von da oben die fange ich mir jetzt einfach autofeuer ist nicht so nicht so ergiebig jetzt wahrscheinlich ja den fange ich mir auch noch problem ist ich komme halt nicht hoch zu ihren kanonen das ist halt nur ein schoner den wir eingestellt haben jetzt nichts weltbewegendes ist aber so hingehend also nichts interessantes alles lohnt sich nicht das repariere ich eben schnell durch das ist kein thema dafür gibt es hier auf dem server eben diese reparatur ja wenigstens mal hallo gesagt wenn sich gleich ein bisschen mehr gibt dann schalte ich euch wieder zu immer mal kurz ein break also den schoner habe ich jetzt versenkt der ist also gesunken da haben sie auch nicht gegen repariert ich stehe mir noch vor der insel die haben jetzt mit mörsern auf mich geschossen das sind common mörser also ich habe jetzt zwei eingefangen aber nicht der rede wert aber es kommt leider auch nichts ihr seht da hinten vielleicht seht ihr das noch ich zeige euch das mal hier haben sie mir ein bisschen drauf geballert aber da hinten sind die trümmer von dem schoner da oben haben sie eben noch mörser stehen da oben haben sie auch noch mörser gebaut die haben tatsächlich eben getroffen aber sie wollen nicht rauskommen und ich werde auch nichts jetzt im chat schreiben dass sie rauskommen sollen ja das war ein versuch die wollen mit mir nicht spielen ich schalte euch wieder dazu wenn es was interessantes gibt ich gehe weiter auf jagd also ein schoner wieder versenkt aber nichts tolles nach bis gleich so ich habe euch mal wieder dazu geholt vermute hier auf der insel das sind spieler und gucken wir mal ob wir sie finden dann halt aufpassen dass wir nicht irgendwo in der falle geraten aha haben wir sie doch schon gefunden say hello baby was soll denn jetzt eine brick steht ja schon wieder genau das was ich nicht gesucht habe ja eigentlich nach ein bisschen action wir gucken uns mal die brick an die brick ist lass mich lesen alpha blatt helfer eine common brick jetzt schönes Machen wir sie weg. Dann bauen sie auch gerade was in ihrem Chipjahrt. Im Prinzip her, das missten wir ja eigentlich. Das ist schließlich Piraten. Rot ist tot. So unser Motto. Rot heißt der Gegner. Ich habe schon ein bisschen Bock für die Stimmung. Okay. Boah. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Beide fast gleichzeitig gesungen Okay I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I'll move on to the next day 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 I'll keep my head up high through the downs and lows And we're all going live Still nobody knows but I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Hold me back no more I think it's enough I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago Ja, ich mache mich auf den Weg in den Heimathafen. Ich will mir die Gully dann noch holen, einfach so ein bisschen zum Warmwerden, weil auf stehende Schiffe schießen, Leute. Und go. Wow. Jetzt hast du hier noch einen Trick mit mir gefahren. Aber das müsste jetzt reichen. Okay, wir werden jetzt noch an den Lupen gehen, für euch einen kleinen Break. Das braucht ihr nicht sehen. Ist eh immer das gleiche und uninteressant. Ja Leute, was soll ich sagen, also das war im Endeffekt die Ausbeute von heute. Nicht wirklich prickelnd, ich hätte schon ein bisschen mehr gehofft, aber meine Güte, drei Schiffe versenkt, sei es drum. Auch wenn es eben nur Common Schiffe waren und sie eben nur gestanden haben, ich kann es ja nicht ändern. aber ich hoffe, es hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, ich nehme euch noch ein kleines Stückchen mit auf den Weg zum Hafen und gebe noch mein Lieblingslied und ich verabschiede mich von euch schonmal. Schönen Dank fürs Zusehen. Denkt dran, lasst einen Daumen da, Kommentare, wie auch immer, supportet mich, macht es gut, bleibt gesund, ich bin für heute raus, Ahoi. Das war's. Hier wurde dann auf der Geistin. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Der Bruch war's. Der Bruch war's. Der Ordner fuhrl. Der Bruch war's. Er, der Baller ging und wurde auf die Dauer, den Bruch. Wir kommen und mitmeineniaat und nereinen Tag und Wasser. Ein Tag. Der Bruch. Die Bruch war's. Das war's. Ja. Wenn man keine Arten war. Wenn man die Reignisse hat, warst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020